Ein Beckenbodenzentrum ist eine Vernetzung von Spezialisten, Urologen, Gynäkologen, Kolobroktologen, die sich um den Beckenboden von Patientinnen und Patienten kümmern und adäquat therapieren möchten. In einem Beckenbodenzentrum werden Patienten therapiert mit komplexen Beckenbodenstörungen, wie zum Beispiel die chronische Verstopfung kombiniert mit der Stressinkontinenz der Blase oder einem Descensus, das heißt einem Gebärmuttervorfall. Also alle Patientinnen und Patienten, die komplexe Beschwerden im Beckenboden aufweisen. Optimalerweise arbeiten hier alle Fachdisziplinen des Beckenbodens miteinander und tauschen ihre Informationen aus. Das heißt, der Patient genießt zum Beispiel an einem Tag einen Weg, wo er von allen Spezialisten untersucht wird und diese arbeiten dann abends den Fall interdisziplinär aus und werden dann die Diagnose und die eingeleitete Therapie dem Patienten individuell mitteilen.